Hey und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir, Herz und Seelen Tarot. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch allen. Heute möchte ich mal wieder mit einem Kartendeck schauen. Und zwar nehme ich das Kartenset und ihr seht es wahrscheinlich bereits schon am Titel. Ich möchte heute nochmal schauen mit den Karten der Liebe vom Vianova Verlag, von Chuck Spezzano. Ja, mit dem Kartenset möchte ich einfach mal schauen, was sind die aktuellen Lernaufgaben, die aktuellen Lernthemen. Welche Themen zeigen sich hier im Allgemeinen bei dir und bei deinem Gegenüber. Wenn du keinem Gegenüber hast, können die Themen insgesamt natürlich auch wichtig für dich sein. Die aktuellen Lernthemen, wie gesagt, ich schaue hier auf eine Verbindung, auf dich und deinem Gegenüber. Ja, in dem Moment sage ich er, dein Gegenüber, als männliche Person. Wenn dein Wunschpartner oder dein Seelenpartner eine weibliche Person ist, dann bitte denke es für dich um, beziehungsweise bitte formuliere es für dich um, weil ich möchte nicht im Laufe der Legung immer wieder hin und her switchen zwischen er und sie und er und sie und wer ist es denn jetzt? Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend, wie gesagt, ich spreche aus der Perspektive einer Frau, die auf einen Mann schaut, aber es kann natürlich auch andersherum sein. So, und wie gesagt, auch wenn du nicht auf einen Gegenüber schaust, dann ist das sicherlich auch hier deine Botschaft. Hier sind auch wichtige Botschaften für dich drin. Gut, dann werde ich jetzt mit den Karten schauen und nach einer Botschaft erstmal für dich, für meine Zuschauer fragen. Was darf ich jetzt wissen? Eine Botschaft für meine Zuschauer. Was sind die aktuellen Lernthemen? Was sind aktuelle Lernaufgaben für meine Zuschauer? Was dürfen wir erfahren? Was dürfen wir dazu lernen? Worauf dürfen wir achten? Okay, was sollten wir beachten? Worauf dürfen wir achten? Ich nehme auch noch die Karte an der Unterseite. Zunächst hat sich aber erstmal hier die Karte Entzücken gezeigt. Es geht hier darum, zu lernen, wieder Spaß zu haben. Hier im Kreise vielleicht deiner Liebsten, mit der Familie, mit den Freunden. Spaß zu haben, das Glück zu genießen, wieder mehr Freude im Leben zu genießen. Und ja, entzückt zu sein, über auch Kleinigkeiten. Sich über Kleinigkeiten zu freuen, dankbar dafür zu sein. Diese Impulse bekomme ich hier gerade vor allem herein. Und was dürfen wir noch lernen, beziehungsweise was darf hier das Kollektiv, was darfst du als Zuschauer noch lernen? Achte mal auf deine Gedanken. Wo hast du noch Zweifel? Wo bist du unsicher? Wo trennt dich noch etwas von einer gewissen Person? Wo trennt dich noch etwas von deinem Ziel? Was möchtest du vorwärts bringen? Und warum bist du pessimistisch? Warum bist du unsicher? Welche Zweifel hast du noch? Und wieso sind diese Zweifel vorhanden? Ebenfalls ist es auch hier wichtig, Erwartungen herunterzuschrauben, beziehungsweise Erwartungen vielleicht an die Mitmenschen mal zu lösen. Erwartungen zu lösen heißt einfach in dem Moment, ja, vielleicht auch die Erwartungen in Kombination mit den Zweifeln. Die Erwartungen im negativen Sinne ist, ach ja, es geht eh alles schief. Ach ja, ich werde eh Pech haben. Mein Wunschpartner wird eh dann eine andere Frau haben. Ja, ich werde eh kein Glück haben bei dem Thema und werde meinen Wunsch auch nicht erreichen. Ist das deine Erwartung? Ist das dein Wunsch? Wie kannst du es umformulieren? Natürlich zum Positiven. Natürlich im Glauben daran, dass deine Wünsche sich erfüllen können, aber trotzdem nicht mit zu hohen Erwartungen. Manchmal können diese Erwartungen auch Druck erzeugen und das bedeutet einfach, dass unterbewusst manchmal einfach so eine Hoffnung und eine Erwartung an den Gegenüber gerichtet wird oder an eine gewisse Situation gerichtet wird und man wirklich nur hofft und stehen bleibt. Das ist so die Energie, die ich hier reinbekomme. Vor lauter Erwartungen, sich nicht selber in Bewegung zu setzen, sondern nur darauf zu hoffen, darauf zu warten, dass etwas von außen kommt. Aber ich sehe hier erstmal vor allem auch bei den meisten im Kollektiv, was ich hier hereinspüre. Ich spüre ja, hier sind verschiedene Gruppen da und es geht hier um diese negativen Gedanken, negativen, zweifelnden Energien, die hier vor allem sehr, sehr stark sind. Und wir dürfen hier ins Empfangen gehen, ins Empfangen vor allem der positiven Energien. Wenn es natürlich auch darum geht, hier die Balance zu finden zwischen Erwartungen, zum Beispiel, ja, ich wünsche mir, dass der Gegenüber sich jetzt bei mir meldet. Das ist in den meisten Fällen auch völlig berechtigt. Es muss ein ausgeglichenes Geben und Nehmen beziehungsweise Empfangen da sein. Das wäre natürlich wichtig. Und es ist wichtig, dass du auch ins Empfangen dieser positiven Energien, der positiven Gedanken gehst, also auch selber es zulässt, dass du das Glück auch empfängst und nicht abwehrst und sagst, ja, ich werde es eh nicht erreichen. Da gehst du ja automatisch auch selbst in eine Abwehrhaltung. Deshalb empfange Wunder. Sei offen dafür, dass die Situation sich verbessern kann. Und, ja, natürlich in gewisser Art und Weise hat man zum Beispiel Erwartungen auch an den Gegenüber, wenn man hofft, dass er sich wieder meldet. Aber manchmal spielt das Ego auch da eine große Rolle. Und deshalb darf man da manchmal genau hinhören, wann ist es wirklich das Ego, was sagt, ich will mich jetzt nicht bei ihm melden, er muss das tun. Oder wann ist es wirklich berechtigt, insofern zu sagen, ja, ich habe mich schon so häufig immer bei ihm gemeldet, jetzt ist es mal einfach wichtig, dass es andersherum ist. Da sind manchmal kleine, aber feine Nuancen unterschiedlich. Aber es geht hier darum, wir dürfen lernen, ins Empfange zu gehen. Das heißt, auch die Aufgaben des Gegenübers nicht abzunehmen. Aber auch positive Wunder zu empfangen, ist natürlich hier auch ganz, ganz wichtig. Und die Zweifel beiseite legen. Mehr das Glück zu genießen, das ist eben ganz, ganz wichtig für dich, fürs Kollektiv. Gut, dann schaue ich jetzt weiter. Was sind die wichtigen Lernaufgaben und Botschaften für den Wunschpartner, für den Seelenpartner? Was hat er noch zu lernen? Beziehungsweise, wo ist er vielleicht auch gerade dran? Dann, was bearbeitet gerade dein Gegenüber? Wo ist er gerade da dran? Okay, auch sehr spannend. Ja, auch die Karte hier an der Unterseite nehme ich natürlich sehr gerne dazu. Ja, wo ist dein Gegenüber gerade dran? Spannend. Welche Karte ist jetzt als erstes gefallen? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die Karte nochmal als erstes. Dein Gegenüber ist gerade dabei, Abenteuer zu machen, beziehungsweise sich wieder zu öffnen, auch hier mal etwas Neues auszuprobieren. Auch nicht immer vielleicht hier tatsächlich, weil ihr euch mit Sicherheit auch irgendwie spiegelt, ist es auch wichtig hier zu erkennen, okay, ja, ich darf auch positive Momente zulassen. Ich darf Neues zulassen. Vielleicht auch mal ein Abenteuer machen, was vielleicht auch eine Art Risiko ist. Das ist wichtig bei deinem Gegenüber. Dein Gegenüber darf lernen, Liebe zu spüren und Liebe zuzulassen. Er ist gerade dabei, sein Herz zu öffnen, wieder mehr Liebe zu spüren. Es kann tatsächlich sein, dass gerade wirklich eher in einer Phase der Glücksenergie auch tatsächlich eigentlich auch schon ist. Aber ich nehme hier, weil ich ja auch schon die Karten hier noch sehe, welche hier noch da sind, ich nehme hier auf jeden Fall eine Energiewahl, dass es um die Herzöffnung geht, dass es darum geht, in eurer Verbindung wieder die Liebe zu erkennen, die Liebe wahr zu haben. Es ist gut möglich, dass dein Gegenüber falsche Entscheidungen getroffen hat, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat und diese nun erkennen darf. Hier zeigt sich also ein Problem, auch natürlich noch in Bezug auf die Verbindung, in Bezug auf die Liebe, zeigen sich hier bei ihm falsche Entscheidungen. Das heißt, es ist gut möglich, dass er dich vielleicht abgelehnt hat oder gesagt hat, nee, ich habe dich gar nicht so lieb oder ich will das alles gar nicht mehr mit dir, aber trotzdem, es kommt jetzt hier so die Energie, dass er erkennt, vielleicht habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht bin ich da einen anderen Weg gegangen, weil ich natürlich vielleicht noch Abenteuer genießen wollte, weil ich noch das Leben, eine Freiheit genießen wollte. Er ist sicherlich ein Freiheitsmensch. Das bekomme ich hier auch auf jeden Fall herein. Freiheitsliebend, möchte das Leben genießen, aber trotzdem in Bezug auf die Liebe gab es hier beim Gegenüber, in Bezug auf dich, gab es hier beim Gegenüber auch falsche Entscheidungen. Man ist vielleicht den falschen Weg eingeschlagen beziehungsweise darf da wirklich nochmal überprüfen. Wenn man das hier mal sieht, falsche Entscheidungen. Der Baum trägt mehrere Äpfel. Ich zähle die jetzt nicht nach, aber auf jeden Fall kann man hier erkennen, okay, der Apfel, der genommen wurde, der hat einen kleinen Wurm drin. Da denkt man sich jetzt auch, habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen? Was ist, wenn ich einen anderen Apfel genommen hätte? Wäre es dann vielleicht die richtige Entscheidung gewesen? Also jetzt bildlich dargestellt jetzt mit diesem, ja, vielleicht faulen Apfel. Ja, irgendwas ist hier faul an der Situation. Irgendwas ist falsch gelaufen. Und in Bezug auf die Liebe sieht man sich hier vielleicht als Bösewicht. Bösewicht heißt natürlich, okay, Schuldzuweisung. Wer ist jetzt der Bösewicht? Was ist jetzt hier zu erkennen? Wer hat jetzt Schuld an dieser Situation? Natürlich muss ich auch dazu sagen, es gehören immer zwei Personen dazu. Zu einer Verbindung gehören zwei Personen dazu. Und man kann nicht immer nur der einen Person die Schuld zuweisen. Zum Beispiel nicht immer nur dem Gegenüber. Ja, er hat sich immer wieder zurückgezogen. Das war blöd. Gleichzeitig beim Gegenüber sieht es vielleicht auch ähnlich aus, dass er einfach dir Schuld zuweist. oder sich selber natürlich jetzt auch hier als Bösewicht empfindet, dass er dich vielleicht abgewertet hat, dass er dich abgelehnt hat und jetzt erkennt, vielleicht war das die falsche Entscheidung. Vielleicht habe ich nicht gut gehandelt, weil hier doch eigentlich eine leidenschaftliche Hingabe ist. Dein Gegenüber darf jetzt lernen. Mit dieser Karte auch noch an der Unterseite. Oh wow, hier auch noch die Freude. Die soll ich jetzt anscheinend auch noch dazu nehmen. Dann nehme ich sie auch noch dazu. Hier ist noch die Freude, wie gesagt. Es geht darum, wieder mehr Freude zu empfangen. Das Entzücken ist ja auch hier zu sehen. Also es geht darum, diesen Pessimismus, die Unsicherheiten zu lösen und beim Gegenüber natürlich auch ganz, ganz klar darum, sich auch wieder dem ganzen Weg hinzugeben, dieser Liebe hinzugeben, dieser Anziehungskraft hinzugeben, die er nun mal auch völlig spürt und sich dann nicht die Schuld zu weisen und zu sagen, ja okay, da kann man nichts mehr dran tun. Auch den Gegenüber hat starke Zweifel, Unsicherheiten, wie die Situation am besten weitergeht. Ich bekomme hier die Aufgabe, beim Gegenüber herein bereuen beziehungsweise zulassen, auch zu erkennen, dass man selber Fehler gemacht hat und nicht immer nur anderen die Schuld sozusagen an der Situation zugewiesen hat. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Dein Gegenüber hat vielleicht gesagt, ja du hattest immer zu hohe Erwartungen, du hast mir Druck gemacht, du hast mich eingeengt oder ähnliches. Das kann aber auch mit anderen Personen natürlich zusammenhängen mit Personen in seinem Umfeld, aber trotzdem ist es hier jetzt wichtig zu erkennen, dass vielleicht auch er verletzend zwischen dich war, dass er auch eher Verhaltensweisen hatte oder an den Tag gelegt hat, die auch verletzend für dich waren. Denn er darf hier erkennen, das ist die wichtige Lernaufgabe, die Liebe, die Anziehungskraft, die Freude, das Glück miteinander anzunehmen. Das ist vor allem die wichtige Lernaufgabe beim Gegenüber. Was für eine spannende und interessante Botschaft. Ja, ich möchte einfach nur mal als kleinen Impuls mal noch nachschauen, als kleiner Zeitimpuls. Wann wird diese Lernaufgabe beendet? Wann kommt hier eine Veränderung rein? Wann wird diese Lernaufgabe abgeschlossen? Bitte bedenkt, ich nehme jetzt hier diese Zeitkarten. Schaut euch den Impuls an. Beim einen oder anderen kann es schneller gehen. Beim einen oder anderen kann es auch ein bisschen länger dauern. Es sind einfach Impulse. Aber bitte versteift euch jetzt nicht auf die Zeittendenzen. Ich hatte schon mal auch in privaten Kartenlegungen das gemerkt, weil mir das Feedback auch gegeben wurde. Diese Zeitkarte, die du da gemacht hattest, das stimmt absolut. Es hat gepasst. Aber beim einen oder anderen ist es vielleicht ungefähr passend. Okay, wir haben jetzt hier schon eine Karte. Es ist alles im Fluss. Wir dürfen also wissen, es darf alles hier fließen gelassen werden, losgelassen werden. Acht Tage bis acht Wochen. Schaut euch mal an. Die Acht, natürlich hier auf der Karte ist es auch, eine Art des Unendlichkeitszeichen. Ihr seid trotzdem miteinander verbunden. Unendlich miteinander verbunden. Sonne und Mond. Natürlich sind hier Schattenthemen. Natürlich sind hier Dinge, die bereits schon an der Oberfläche sind. Mal dreht sich das Ganze vielleicht auch ganz einfach. Es gibt hier Sonnenseiten, es gibt hier Schattenseiten, aber man ist miteinander verbunden. Und alles ist hier im Fluss. Es ist auf jeden Fall bereits schon in Bewegung. Also ich kann schon sagen, es ist bereits in Bewegung. Und eine Veränderung ist zu erkennen. Das kann relativ schnell gehen. Acht Tage. Es kann aber auch ein Stückweise dauern. Acht Wochen. Aber ich würde mal sagen, diese zwei Monate, die kriegen wir auch hin. Und da schaffen wir es auch, diese Lernaufgaben zu lösen. Wenn du Unterstützung haben möchtest, bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne für dich da in einer persönlichen Kartenlegung. Dazu melde dich doch gerne bei mir per E-Mail, über WhatsApp oder sehr, sehr gerne auch über meine Webseite. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe und bis bald.